Heidi wird in ihrem Haus zu Tode stranguliert. Die Tatwaffe ist eine Hundeleine. Acht Tage nach dem Mord finden die Beamten die Leiche der jungen Mutter im Kofferraum auf einem Grundstück in Houston, Texas. Sie wurde vom Mama Monster ermordet. Es gibt nur einen Fall in ganz Amerika, der so grausam ist. Nähere Details folgen in der neuen Doku. Abonniere den Kanal, damit du die Langversion nicht verpasst. Unter unserem Kanalbild ist ein Link zu einem ähnlichen Video eingefügt.